Wie geht das? Das geht. Das ist in meinem Account, Digga. Junge, wir sind halt echt in meinem Account drin, Leute. Junge, WTF? Als ob das geht, Digga. So ein Schwitzer ist dieser Junge. Junge, WTF? So ein Schwitzer, Alter. Nein, mach keinen Minus. Wieder alle Anfragen ablegen, Digga. Ich hab die extra gelassen, damit ich mal kurz gucken kann, welche ich annehme, welche nicht. Mach da alle weg, Digga. Ich bin komplett unten. Puh, direkte Einladung. Oh mein Gott. Da bin ich mal vor zwei Tagen on. Auch auf meiner Account. Digga, was hast du? Ich hab alle Skins. Nicht alle, fast alle. Ja, fast, kann man sagen. Es wird noch sehr Kursar-Cold. Digga, das ist einfach ein Tablet, Mini-Tablet. Ich hab ein Tablet, ich will erst mal Vorfeld kommen. Digga, stell dir mal vor, dass wir mal hier. Warte, warte, ich will, guck mal auf dich. Digga, das ist halt echt wie ein Tablet. Was ist das? Das kann man downloaden. Das ist halt Digga. Leute, mir leiden mal Brawl-Sass da runter. Da runter, Digga. Also, wir warten mal kurz. Nee. Nee. �empord. Nee! Nee!